Wie viele Menschen gibt es momentan in Brasilien? Ich habe eine sehr aktuelle Nummer für euch. Ich habe mich auf countrymatters.info informiert und also momentan sind in 2021 sind 213.797.318 Menschen also das ist sehr 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 viel alleine dieses jahr bis jetzt sind 61.278 Menschen mehr. Die Todesfälle bis jetzt 40.741 und nur zu vergleichen in 1951 Die Bevölkerung im total in Brasilien waren 54.797.276 Menschen mehr als in 1951. Das ist ein großer Unterschied zwischen jetzt und vor 70 Jahren. Das war ein kleines Video über aktuelle Informationen über Brasilien. Ich hoffe, ihr gefällt. Wenn ja, dann bitte einen Daumen hoch, das Video teilen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao! Bist. 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 Vielen Dank.